Gut, tatsächlich. Einen Streiter hätten wir sogar noch. Den könnte man auch hier vielleicht aufstellen, um die Truppen schon mal zu trainieren. Der wird später dann irgendwo anders hinschicken. Oder noch besser in Spanien, wobei da ja schneller Krieg ist. Also hier ist ja die kleinere Armee und dann nehmen wir hier noch einen Streiter dazu. So. Was hat er denn? Machtdemonstration, Abenteuer militärischer Eifer. Baukosten, Rekordierungskosten, Angriffsreichweite, Verstärkungsratung, Unterhalt. Das ist gut. Und du bist dann, sobald es ansteht, hier in die Legion 10, die natürlich jetzt auch umbenannt wird. Logisch. 10. Legion, Hispanien oder so. Ups. Nein. Hispanien. So. Zu euren Diensten. Gut. Das läuft doch gut. Und hier im Norden werden wir dann mal sehen, wann die Trivera angreifen. Geforscht wird jetzt, wie gesagt, erstmal in der Naturphilosophie. Und, äh, ja, dann gucken wir erstmal, wie das hier ausschaut. Mhm, 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 mhm. Die Sachen müssen wir natürlich auch irgendwann machen, logisch. Wir haben eine Forschungsrate von 205%. Das ist sehr ordentlich. Und, äh, ja, das muss eigentlich auch alles irgendwann mal hier zumindest. Die Berufssoldaten brauchen wir eigentlich auch nochmal. Die gehen über den Nord, über den, über den, äh, Nordstrang, sag ich schon. Über dieses Gebiet hier. Söldner und Vergütungsreformen. Und Berufssoldaten. Hm. Bring auch mehr Rekrutierungsplätze. Ja. Die Lyonskaserne, ne? Gut. Aber erstmal geht's hier an die Lagerung. Und ich hoffe, dass wir die gewinnen. Ja, die haben ja ordentlich Verluste schon. Gut. Noch irgendwas? Das ist nichts Neues. Hexe ist doch schön. Oh ja. Ist auch gut. Und Frieden verhandelt. Gut. Ja. Weiter geht's. Huch. Faustus Gavius Frontio. Ach so. Ein weiterer Patrizia ist doch besser geworden. Dann gibt's mehr Geld durch die zivile Verwaltung. So. Ist er auch noch besser geworden? Nö. Gut. Gut gut. into Gläufe. Woof. arose Gut. Gut. Ich hoffe, dass die Masaelia auch von den Totitanern noch die ein oder andere Provinz erobern. Wäre sehr schön. Denn anders als in Empire ist es ja so, dass wir dann auch die Regionen einfach so kontrollieren können. Dadurch, dass unsere Verbündeten das halten. Und unser Klientelkönigtum. Es ist ja unser einziges Klientelkönigtum. Also besonders wertvoll aus unserer Sicht. Das müssen wir uns gut pflegen und hegen, dass sie uns treu bleiben und nicht einfach so weglaufen. Die Keltiki, wichtige Gegner in der Zukunft, in der Region Spanien. Die Ebdani wollen eigentlich den Angriffspark, das möchte ich aber nicht. Da seid ihr zu spät, mein Lieben. Es kann sein, dass ich irgendwann mit euch vielleicht das mache, aber höchstens dann, wenn ich in Metranien weiß, wie es weitergeht, wie die Landschaft da aussieht und wie viele Völker es da gibt. Und dass ich euch vielleicht am Leben lasse, so als Klientelkönigtum oder als militärische Alliierter, das geht natürlich. Aber ich weiß noch nicht jetzt sicher, wie das läuft. Deswegen lasse ich jetzt erstmal noch bleiben. Ja, Carthagos ist auch eine große Stadt. Ist eigentlich sogar größer als Rom, weil es ja noch einen Bauplatz mehr hat. Dadurch, dass es am Meer liegt und den Hafen bauen kann. Das ist eigentlich ein bisschen ironisch. Unsere größte Stadt gar nicht Rom ist. Auch Carales ist eigentlich größer als Rom. Und sogar Bondisium. Also irgendwie, hm. Naja. So. Zypern ist nicht mehr mit zu handeln. Ach komm. So. Sie hat sie entdeckt. Und ich würde sagen, sie versucht nochmal sie umzubringen. Oder zumindest zu verwunden. Ach. Haushalt. Immerhin. Was haben wir denn hier? Ach guck. Besser ist sie auch noch geworden. So. Also erstmal gibt es einen Haushalt. Da gibt es nur die weise Frau. Und sie kann mal Agent werden. Dadurch gibt es etwas mehr, ja, Fähigkeiten in allen Bereichen. So. Dann haben wir Verschleiß. Das wundert mich überhaupt nicht. Das ist ja immer so. Fraktion eingetroffen. Demethe. Die müssen hier auch irgendwo in Großbritannien sitzen. Ganz genau. Und mit denen kann man auch sicherlich handeln. Seid gegrüßt. Ihr Hofe, ihr kommt. Sehr schön. Muss nicht mal was dafür bezahlen. So. Dann haben wir Quartiermeisterbericht Italien und Hispanien. Nur die besten Truppen. Britorianer. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Ihr könnt gleich nochmal die hier dazu. Und du gehst jetzt auch mal in den militärischen Eifermodus. Tada. Ne, Quatsch. Das machst du nicht. Ach. Gut. Egal. Nächste Runde dann. Eigentlich wollte ich den ja in die Armee stecken. Habe ich jetzt ganz vergessen. Gut. Ah. Schau an. Die Cessetaner haben Taraku erobert. Dadurch müsste die Gallische Konfederation jetzt eigentlich am, ja, zum Sterben verurteilt sein. Ganz genau. Die plündern hier irgendwie unsere Gegend. Ich guck mal ganz kurz. Ja, da ist jetzt die Gallische Konfederation. Die hat nichts mehr zu melden. Und stirbt jetzt einfach so vor sich hin. Gut. Abenteurer. Ja, das sind immer diese Agentenfähigkeiten. Da wurden wir versucht umzubringen. Und in Macomades wurde eine Viehweide und in Rom eine Gladiatoren-Schule gebaut. Das wird auch gleich aufgerüstet zum Viehstall. Und in Rom wird die Gladiatoren-Schule aufgerüstet. Natürlich zum Zirkus erstmal. Das muss sowieso kommen, bevor wir uns dann für das Koalitionsum entscheiden werden. So, und hier oben haben wir jetzt noch reichlich Möglichkeiten, schöne Dinge zu tun. Den Triveran könnten wir ein bisschen nerven. Das ist eine gute Idee. Und zwar durch Vorratsvergiftung. Erfolgreich. Sehr schön. Und gleich nochmal hinterher. Dass das für die sich als großer Fehler erweist oder erwiesen haben wird, hier hinzugehen. Ja. Tja, da bleibt nicht viel von übrig, nicht wahr? Oh, wir haben eine neuen Sternenspionin. Sehr gut. Cornelia Trio, meine Lieblingsagentin. Massenvergiftung kann man steigern. Das mache ich jetzt auch. Das ist ja eine hervorragende Fähigkeit. Die ist echt viel wert. Sie ist auch erst 51. Und, äh, Lebra-Verkleidung. Niemand durchsucht einen Lebra-Kranken. Nie. Plus 10 Chance auf kritischen Erfolg bei allen Aktionen. Ist das nicht geil? Die Frau ist echt ihr Geld wert. Und hier sind auch unsere Alliierten schon. Ah, die AA ist wieder da und kann uns vielleicht sogar helfen. Die Feinde zurückzuschlagen. Mal sehen, wie die Chancen jetzt stehen. Ich will da nicht angreifen. Ich will nur gucken. Ja. Wir gucken mal weiter. Drei Runden noch, bis, äh, das Ganze kapitulieren müsste. Dreh vor Ruhr rum. Ja. Und hier entwickeln wir uns auch weiter. Genau. Was macht Aquitanien denn so schönes? Ist immer noch ein Dessertsitana. Die haben sich hier stabilisiert. Die Keltiki belagern das jetzt allerdings. Ähm, ist die Garnisonus allerdings ziemlich stark. Die Sklaven sind hier. Die Epdani und die Keltiki. Nochmal die Keltiki. Aber eine kleine Armee ist auch hier. Also ich hoffe, dass sie das irgendwie schaffen, das über die Runden zu bringen. Aquitanien. Hier steht auch ein General, der ich jetzt, den jetzt mal aus dem Gewaltmarschmodus rausnehme. Ist ja albern. Und ich hoffe, dass sie es hier noch irgendwann. Ja, die Kulturunterschiede machen noch ziemlich viel. Und die Sklaverei. Das ändert sich auch noch sehr langsam. Hm. Ah. So. Und die Brakte. Huch. Öffentliche Ordnung ganz schlecht. Was ist denn hier los? Plündern. Ach, du Scheiße. Weil diese blöden Feinde das hier plündern. Na, das ist aber nicht nett von euch. Na gut. Dann müssen wir das ganz bestimmt nicht aufrüsten. Ja, wir können nicht viel mehr aufrüsten. Das liegt am Plündern. Na gut. Ich denke, die anderen werden sich erledigt haben, bevor wir da irgendwie Großprobleme bekommen. Richtig Großprobleme. Attribaten. Ihr kommt später erst dran. Gut. Ihr habt eine kleine Pestwolke. Und hier. Ach, wir werden schon lange nicht mehr auf Sardinien. Was ist denn hier eigentlich? Kann man noch was machen? Nur noch ganz wenig. Öffne die Ordnung. Plus drei. Kultur, da tut sich nichts. Weder für die noch für uns. Deswegen lassen wir noch alles so. Lili Bayon. Ja, hier wird gebaut. Oder genau gesagt, ein Corsentia wird gebaut. Den Rest sparen wir uns. Brundisium sieht auch hübsch aus. Und natürlich Rom. Die Hauptstadt. Ja. Gut. Okay. Weiter geht's. Ja. 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 So. So. Adiae ist ein nicht unwichtiger Verbündeter für uns. Mal sehen, was die da oben gerade gezogen haben. Ich bin jetzt hier gerade in Rom, dann kann ich das gar nicht ansehen, was da in Galien passiert ist. Vielleicht haben die die Feinde schnell angegriffen oder sich zumindest näher ran bewegt. Oder vielleicht haben sie sich auch weg bewegt. Das weiß man ja nie. Kalidonien, die haben wir gerade eben erst entdeckt. Die sitzen irgendwo in Schottland oder in Irland. Handelsabkommen mit den Domnoniern. Na gut, für die paar Runden nehmen wir das nochmal an. Können wir noch ein bisschen Geld verdienen damit. Bis wir mit den Briten Krieg haben, dauert das ja noch ein bisschen. Theoretisch könnten wir uns auch mit allen den Englern dann verbünden. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die Massailia. Mal gucken, was in Nordafrika passiert ist. Toritana, mit denen haben wir auch noch eine Rechnung offen. Beziehungsweise, naja, eine Rechnung offen kann man nicht sagen. Wir haben uns ja bisher nichts angetan, aber mit denen wollen wir auch nochmal Krieg haben. Umsturz, Orgelus. Und wieder... Ja, ist... So, gut. Also Verschleiß. Jo. Ja, ist doch egal. So, Rang erhöht. Der Patrizia ist bereits eine Rufrührer. Und er bekommt mal das, was Patrizia am meisten braucht, nämlich würdenträgerische Autorität. Ne. Quartier Meisterbericht. Jo. Charaktereigenschaftsbericht. Jo. Was ist das denn? Trotzt vor Gesundheit. Trotzt vor Gesundheit. Gineos, Lutetius, Ketegus. Oh, der scheint ja gut zu sein. Scheint, dass er hier so rum sitzt. Plus zwei hingabeln, da siehst du. Ein kerngesunder junger Bursche. Baubericht. Rom und... Kartardascht. Aufbauen geht er ja noch nicht. Da brauchen wir die verbesserten Abfluss. Gut. Und Kartardascht. Der Weinhandel. Was oft zu rüsten brauchen wir natürlich die Standwertsysteme. Ganz klar. Massaelia sitzen hier. Und du sollst eigentlich in die Armee reingehen. Hab ich grad eh mal geguckt. Jo, Militärausbildung bitte. Dankeschön. Und hier werden unsere Truppen ausgebildet. Das ist fein. So, nochmal drei Pretorianer. Da kann man nie genug von haben. Sie haben bei den Armee reingehen. Und ich bin der Armee reingesend.